Oh, was ist das denn? Wäre das in Friedland oder hier? Die andere Vorstellung danach, die war schon ein bisschen peinlich. Komm, 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 komm! Was spielt ihr neu hier? Das sind Testspieler von der Position. Innenverteidiger? Ich habe gehofft. Komm jetzt! Zu langsam. Jetzt, den einen Weiblichbruder, der, glaube ich, in Pflichten, der, der nicht bei Hansamer war. Der bei Hansamer war hier. Dennis Weiblich. Ja, 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 ja! Geh mit los! Schau, komm mal, schau mal! Ja, das ist das, was ich. Und wenn ich... Hier alles ist, was ich nicht will. Es ist da wichtig, das ist ja... Mist! An 1914 – Desen bucks nach Norden. Sehr wichtig. Oh, oh, oh. Ich hatte schon Angst, dass er sich da T-Shirt nach voller Fuß schreitzt. Grün anläuft. Soll ich den Ticker? 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 Soll ich den Ticker?